Hallo zusammen, mich hier ist wieder Heuchella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um ein Achievement, das wir hier unter Erkunden und dann Shadowlands finden. Und zwar schimpft sich das gänzlich gesegnet und für dieses Achievement müssen wir insgesamt drei Buffs erhalten. Und zwar müssen wir da einmal den Segen der Anmut bekommen, den Segen der Kraft und den Segen der Seelenstärke. Und wie wir das kriegen, will ich euch mal zeigen. Wir brauchen als erstes reife Purianfrüchte und zwar insgesamt drei Stück, weil wir brauchen ja auch drei Segen. Und diese reifen Purianfrüchte bekommen wir hier auf den Koordinaten 50, 29 hier so um den Rare rum. Und da könnt ihr die einfach looten. Also ihr geht da einfach hin, da liegen dann ein Haufen Früchte rum, die könnt ihr looten. Und sobald ihr drei Stück habt, können wir mit dem Achievement anfangen. Wir müssen nämlich jetzt hoch, wo ich stehe, oben hier auf die Koordinaten 53, 29. Und dort ist die erste Schale, wo wir diese Früchte einmal reinlegen können. So, ich habe jetzt hier die Frucht, lege die hier einmal in die Schale rein. Jetzt habe ich das Ganze freigeschalten und ihr seht, ich habe den ersten Buff und damit können wir quasi jetzt weiter tigern und müssen uns die anderen beiden Buffs auch noch holen. Wenn wir alle drei haben, dann haben wir quasi das Achievement erfolgreich abgeschlossen. Dann sind wir jetzt am zweiten Spot und zwar hier auf den Koordinaten 34, 30. Und dort können wir jetzt einfach wieder so eine Frucht nehmen, die hier in die Schale legen, in den Tribut. Und dann haben wir einmal hier den zweiten Segen und jetzt brauchen wir nur noch einen einzigen und da werden wir uns jetzt als nächstes hinbegeben. Ich zeige es nochmal kurz auf der Map. Also hier oben 34, 30. So, dann sind wir am letzten Spot und zwar sind wir jetzt hier auf den Koordinaten 45, 59 und dort haben wir auch wieder selbiges wie eben schon. Eine Tributschale, da legen wir unsere letzte Frucht rein, haben dann den dritten Buff und tada, da haben wir auch das Achievement und dementsprechend sind wir durch. Gänzlich gesegnet sind wir jetzt an der Stelle und die Buffs bringen uns ja auch noch verschiedene Effekte. Wir haben ein bisschen mehr Schaden und Größe, hier ein bisschen Tempo und Bewegungsgeschwindigkeit und die maximale Gesundheit bzw. die hervorgerufene Heilung wird erhöht. Ist ganz nett, kann man mitnehmen. Ich denke mal in Dungeon und Raids wird es wahrscheinlich runtergenommen wie alle Buffs, aber zumindest hier fürs World Quest eine ganz nette Angelegenheit. Gut, dann sind wir jetzt durch mit dem kleinen Achievement Guide. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, könnt ihr gerne bei den nächsten Videos wieder reinschauen. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao!